Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Freitag, dem 27. Oktober. Guten Morgen mit dem Geek Talk Daily. Jan aus Wien hier. Ich habe heute wieder 10 Technik-News vorbereitet. Wir beginnen mit Huawei, gehen zu Slack, zu Facebook, zu WhatsApp, zu Instagram, zu Amazon, zu Android, zum iPhone X und zu Steam. Wir beginnen bei Huawei und die haben jetzt angekündigt, 2018 einen eigenen App-Store anbieten zu wollen. Dort sollen dann von Huawei empfohlenen Apps gelauncht werden, zum Beispiel die südschigen Navigations-Apps, sowie 20 andere Apps für den Start von bekannten Anbietern, unter anderem aus Deutschland zum Beispiel auch der Klix-Browser. Was das Ganze bringen soll, ist einmal dahingestellt, abgesehen davon, dass Huawei einen Ort hat, um seine eigenen Apps vor allem auch anzubieten, weil unterm Strich, es ist ein Android-App-Store, da gibt es ja schon genug und vor allem das Google Play Store ist halt auf den Geräten vorinstalliert. Die Huawei-App-Store wahrscheinlich auch, aber die Apps, die es dort gibt, gibt es eben auch bei Google. Wozu dann einen eigenen App-Store? Wir werden sehen, ob es sich durchsetzt. Ich denke es mal nicht. Es gab schon einige asiatische Hersteller, die es mit eigenen App-Stores probiert haben, entweder für Android oder aber auch unter Windows. Unter dem Strich wurde nie was draus. Schau, das Huawei, das in der Zeit verschwendet hat, aber vielleicht haben sie ja doch noch interessante Ansätze, die das Ganze zu einem Durchbruch bringen könnten. Wir gehen zu Slack und die haben ein neues Feature angekündigt. Die haben jetzt Screen-Sharing. Was ist daran so besonders? Naja, Screen-Sharing bieten viele. Slack hat ja auch immer wieder schon Varianten angeboten. Aber das Interessante ist, man kann auch die Controls quasi hergeben. Das bedeutet, ich kann auch jemanden, der quasi bei Screen-Sharing bei mir eingeloggt ist, meine Maus übergeben und damit meinen Computer remote steuern lassen. Das geht mit anderer Software zugegeben auch. Allerdings, wenn das in Slack direkt integriert ist, naja, warum nicht? Slack setzen viele Leute ein. Screen-Sharing ist eine praktische Variante, die Steuern auch hergeben können. Ist ja ganz angenehm. Stichwort Slack. Ein Konkurrent von Slack wäre ja der Workplace-Chat von Facebook. Der war jetzt lange Zeit in der Beta. Die Zeit ist aber vorbei. Mittlerweile ist der Dienst komplett gestartet. Für alle zugänglich. Im Endeffekt wirklich eine gute Slack-Alternative. Ich habe den ganzen geistrigen Tag, meinen Feiertag quasi fast damit unter Anführungsstrichen verschwendet, mir diesen Dienst anzuschauen. Der ist wirklich sehr nett, sehr gut gelungen. Funktioniert überraschend gut. Auf allen Plattformen de facto verfügbar. Ja, preislich eigentlich ganz angenehm für NGOs und irgendwie quasi private Geschichten eigentlich gratis. Sonst für Firmen bis 1000 User, je User 3 Dollar. Und dann geht es in weiteren Abstufungen bis 2, beziehungsweise 1 Dollar unter. Slack ist auch recht teuer für größere Teams. Von daher, tja, Facebook ist ebenfalls sehr, sehr weit verbreitet und auf jeden Fall weiter verbreiteter als Slack. Ich glaube, die Jungs von Slack müssen sich in einem oder anderen Segment zumindest warm anziehen. Wir bleiben bei Facebook, kommen aber zu WhatsApp, ist ja eine Tochter von Facebook. Und da gab es schon seit längerem irgendwie die Möglichkeit, dass man Nachrichten löschen kann. Die große Frage ist immer nur gewesen, wie lange das geht. Mittlerweile gibt es ein Support-Dokument. Ihr habt 7 Minuten Zeit, um eine Nachricht, die ihr versendet habt, auch wieder zu löschen. Wir bleiben bei der Facebook-Gruppe, gehen aber zu Instagram. Dort gibt es in den Stories jetzt ein neues Feature, nämlich den Super Zoom. Damit könnt ihr ganz nah an Dinge heranzoomen, wahrscheinlich vor allem an euer Gesicht. Im Endeffekt ist das Ganze so ein mehr oder minder Filter, der drüber läuft und den ihr halt auswählen könnt, während ihr ein Video mit eurem Smartphone erstellt. Wir kommen zu Amazon und die haben jetzt eine neue Smart Home-Übersicht für ihren eigenen Sprachdienst, beziehungsweise halt für Alexa. Dort könnt ihr quasi eure Smart Home-Anwendungen deutlich besser steuern, als ihr das bisher konntest. Es ist wesentlich übersichtlicher, es sieht wesentlich besser aus, es ist wesentlich intuitiver. Meiner Meinung nach hat Amazon da einiges zu tun gehabt und vor sich gehabt. Das hat man jetzt erledigt. Es ist noch nicht ganz ideal, aber es ist auf jeden Fall schon mal wesentlich besser. Erinnert von der Optik so ein bisschen an die Höchgeschichte von Philips. Ja, mal schauen, vielleicht wird es jetzt leichter für die Nutzer. Für mich ist es auf jeden Fall schon mal eine große Verbesserung. Wir bleiben beim Sprachdienst von Amazon, kommen aber da jetzt zu kostenpflichtigen Abos. Ja, Amazon hat offensichtlich vor, quasi Medieninhalte auch über ihre Boxen anzubieten. Warum auch nicht? Und dort wird es möglich sein, Abos abzuschließen. Der erste wird in den USA Jeopardy sein. Die bieten eine kostenpflichtige App mit Lösungshinweisen. Die kostet 1,99 Dollar im Monat. Gebucht wird das Ganze über Amazon. Der Split unter Anführungsstrichen ist ähnlich wie bei Apple. Bedeutet 70% gehen in den Entwickler und 30% bleiben am Plattformanbieter. Also bei Amazon quasi über. Gleicher Deal, den auch Apple für seine Apps hat zum Beispiel. Wir kommen zu Android, beziehungsweise zum Android Studio 3.0. Google hat sie schon auf der I.O. angekündigt, jetzt ist sie auch da. Ja, Android Studio 3.0 soll euch dabei helfen, eure Apps quasi schneller auf den Weg zu bringen. Die unterstützt jetzt die Programmiersprache Kotlin. Hat ja, die ganzen Grafikressourcen quasi von Android Oreo eingebaut. Und soll so generell effizienter geworden sein. Und euch am stärksten dabei unterstützen, eure Bugs aus euren Apps rauszubekommen. Ja, heute Freitag, 9.01. Der Vorverkauf des iPhone X startet. Das ist einer für sich keine Newswert, nur vielleicht ein bisschen zur Hilfe. Ich glaube auch einige unserer Hörer werden probieren, das zu kriegen. Der beste Weg, um an dieses Handy zu kommen, ist die Apple Store App direkt. Nicht über den Browser gehen, nicht über irgendwie die Homepage von Apple gehen, sondern geht über die Apple Store App. Legt euch vorher das iPhone, das ihr haben wollt, das Favorit an. Seht zu, dass euer Zahlungsmittel eingerichtet ist. Ebenfalls wie die Zustellungsadresse quasi, damit ihr möglichst schnell darauf zugreifen könnt. In den Shownos ist ein Artikel von Apfeltalk verlinkt. Dort habt ihr nochmal eine genaue Anleitung, auf was ihr alles achten müsst. Und dann könnt ihr gucken, hoffentlich habt ihr um 9.01. Glück. Ich werde mein Glück auch probieren. Zuletzt nochmal was, wo man Geld ausgeben kann, aber auch jede Menge sparen kann. Auf GOG, genauso wie auf Steam, ist der Halloween Sale gestartet gestern Abend. Es gibt jede Menge Angebote, gefühlt bei beiden Plattformen meiner Meinung nach sogar tatsächlich der beste Sale überhaupt. Einerseits Abend, paar wirklich große Top-Titel, die sehr, sehr günstig sind. Relativ viel Horror-Zeugs natürlich dabei. Auf der anderen Seite auch jede Menge Indie-Titel. Ja, wer noch ein paar Videospiele offen hat, die ihr gerne hätte, solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen bei beiden. Bei Steam läuft der Sale nur bis 1. November. GOG, glaube ich, auch irgendwas in die Richtung. Das heißt, auch dort solltet ihr relativ schnell sein. Das sind dann nur 6 Tage. Sonst sind so Sales ja oft deutlich. Länger. Ja, in diesem Sinne, das war's für diese Woche. Nächste Woche hören wir uns aber trotzdem wieder. Mit mir auch tatsächlich. Ich habe euch ja schon Anfang der Woche kurz erwähnt. Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß und viel Glück bei diversesten Sales jetzt in den nächsten Stunden, möchte ich quasi fast sagen. Und ja, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.